Investitionsprozess – Die 4 Phasen einer Investition Der Investitionsprozess lässt sich in 4 Phasen unterteilen. Phase 1 beschäftigt sich mit der Investitionsplanung, Phase 2 mit der Investitionsentscheidung, Phase 3 mit der Durchführung der Investition und die Phase 4 mit der Kontrolle der Investition. Sehen wir uns diese 4 Phasen jetzt etwas genauer an. Phase 1 – Investitionsplanung Zu Beginn des Investitionsprozesses steht immer ein Bedarf nach einer Investition. Ist der Bedarf einmal erkannt, so erfolgt im nächsten Schritt die Erstellung eines Anforderungsprofiles, in welchen genau festgelegt wird, welche Kriterien das Investitionsprojekt bzw. das Investitionsgut erfüllen muss, bevor es dann in weiterer Folge zur Einholung von Informationen über mögliche Investitionsalternativen kommt. Und im Anschluss an die Phase 1 kommen wir dann eben zur Phase 2 zur Investitionsentscheidung. Und nachdem alle Informationen bezüglich der möglichen Investitionsalternativen eingeholt wurden, erfolgt der Abgleich derer einzelnen Alternativen. Und hierfür werden die Vor- und die Nachteile einer jeden einzelnen Investitionsalternative gegenübergestellt. Ergänzend muss in dieser Phase aber auch überprüft werden, welche Möglichkeiten der Finanzierung es für die zu tätigende Investition gibt und dementsprechend muss auch noch eine Finanzierungszusage seitens der Bank im Vorhinein eingeholt haben. Liegt keine Finanzierungszusage vor, so macht es auch noch keinen Sinn bzw. wäre es aus wirtschaftlicher Sicht nicht ratsam in die nächste Phase überzugehen, in die Durchführungsphase. Und hier, wenn die Entscheidung für ein Investitionsgut einmal getroffen ist, erfolgt eben die Bestellung des jeweiligen Investitionsobjektes, gefolgt von der Lieferung und Inbetriebnahme des gelieferten Investitionsprojektes sowie die Durchführung der Finanzierung und Bezahlung. Und hier sind wir dann jetzt auch schon beim Punkt, wenn Sie die Phase 2, also noch keine Finanzierungszusicherung seitens der Bank beispielsweise erhalten haben, aber trotzdem in dieser dritten Phase bereits bestellen, haben Sie jetzt natürlich ein Problem bzw. eine gewisse Abhängigkeit von der Bank. Und aus diesem Grund bitte immer vorher die Finanzierungszusicherung einholen, nicht, dass Sie dann im Nachhinein ein Problem mit der Finanzierung haben. Und zu guter Letzt haben wir dann noch die Phase 4, die Kontrollphase in einem jeden Investitionsprozess. Und hier geht es vor allem, oder hier kann man von einem laufenden Prozessschritt sprechen und hier geht es eben wirklich darum, über den kompletten Prozess hinweg zu kontrollieren und zu überprüfen, ob alles reibungslos abgelaufen ist oder ob es irgendwo einen Verbesserungsbedarf gibt bzw. ob auch die optimalen Investitionsalternativen getroffen worden sind. Und wenn es im Zuge dieser Kontrollphase oder der einzelnen Kontrollschritte über die Phasen drüber hinweg irgendwo zu einem Problem kommt, also beispielsweise Sie stellen in der Phase 2 fest, dass das Anforderungsprofil in der Phase 1 nicht vollständig war, so sollten Sie nicht den Prozess weiter durchführen, sondern Sie sollten zurück in die Phase 1 gehen und das Profil des Investitionsobjektes noch einmal anpassen. Ziel ist es also letztendlich einerseits wirklich das Optimum herauszuholen im Rahmen dieser Entscheidung und darüber hinaus auch noch einen Lerneffekt für zukünftige Investitionsentscheidungen zu erhalten. phil des Investitionsobjektes